Er kam in sie und siegte. Er durchstrahlte ihre Seele, benutzte ihre Körper für sein grausames Spielen. Sie war besessen, besessen von der Macht, der schwarzen Macht, der Macht des unsagbar Bösen. Es gab nur einen, der sie befreien konnte, der Feind von der Qual des Teufels. Die Kraft Gottes in seinem Herzen, die weiße Macht in seinen Händen. Nur er, ja er konnte den Dämon besiegen. Er ist... ...der Exorzist. Der Grimm-Narion trieft sein unheimliches Spiel. Der Grimm-Narion trieft sein unheimliches Spiel. Der Tod lauerte sie zu ziehen in die Kunft der Fensternis, in die Kunft des Teufels. Der Exorzist hat ihm entgehen, denn nur der, ja er konnte ihn besiegen. Er ist... ...der Exorzist. Er ist... ...der Exorzist. Er ist ... Er ist... Er ist... ...der Exorzist. Er schüttelt dich im Körper, kontrolliert dich voll und ganz. Der Priester muss dich besiegen, denn er, nur er, der ist der Exorzist. Der Priester muss dich besiegen, denn er, nur er, der ist der Exorzist. Der Priester muss dich besiegen, denn er, nur er, der ist der Exorzist. Der Priester muss dich besiegen, denn er, nur er, der ist der Exorzist.